Sie beilte die Hände zitternd zu Fäusten und hob diese Augenblick... Das macht sie nicht. Doch, sie macht es. Sie beilte die Hände zitternd zu Fäusten und hob diese Augenblick nicht ganz nicht lesen. Ich liebe ihre Reaktion. Mehr davon, bitte. Wo ist dein Kessel? rief er ja aus der Küche zu. Ich hab keinen Kessel. Nimm den Wasserkocher, das geht schneller, antwortete sie grinsend. Den was? kam es zurück. Die blaue Kanne rechts neben dem Herd, gab es sie nun mit einem mehr als nur breiten Grinsen zurück. Ein leises Fluchen ertönte, doch es schien ihren Anweisungen zu folgen. Ich ahne, glaube ich, was als nächstes passiert. Und zwar, wird er den Wasserkocher auf die Herdplatte stellen. Ich meine, das wäre schon irgendwie lustig. Ich meine, da gibt es so ein Meme von einem Schäfte zu einem Auszubildenden, der sagt, mach bitte, koch bitte den Kaffee. Und er stellt den Kaffeekocher auf die Herdplatte und drunter steht, you had one job. So schnell ist mir auch gerade vor. So schnell ist mir auch gerade vor.